Das ist Jasna. Jeden Morgen, wenn Jasna in der Stimmung dafür ist, turnt sie an diesen beiden Ringen. Das nennt man Aero-Yoga. Aero-Yoga macht Jasna immer alleine. Jasnas Mama ist Yoga-Lehrerin. Mit ihr zusammen macht Jasna Aero-Yoga. Das ist eine Mischung aus Akrobatik und Yoga. Und macht Jasna irre viel Spaß. Auch wenn sie sich dafür ganz schön konzentrieren muss. Wenn Jasna diese Übungen macht, fühlt sie sich immer richtig voller Energie. Musik Das ist ein toller Start in den Tag. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere uns, gib uns ein Like und mach doch einfach selber mit. Wie das genau geht, das steht auf worldkids.tv Ich glaube, es ist auch einfach so. Es geht euch um ein bisschen mitении von Jasna,